Was der Freileitermonteur mit sich bringen, ist vor allem eine gute körperliche Verfassung. Er muss schwindelfrei sein, denn wir bewegen uns zum Teil bis 100 Meter über den Boden. Was auch sehr wichtig ist, dass er ein gutes Ballastgefühl hat und einen guten Trittsicherheit. Eine von unseren Autos erfordert unser Job ist vor allem das Wetter. Sei es im Sommer die Wärme oder im Winter die Kälte. Aber wenn die Blitz und die Dunne angesetzt sind, können wir vom Mast oben runter und unsere Arbeit einstellen. Wir haben in der AXPO als Freileitermonteur einen sehr abwechslungsreichen Job. Vor allem, weil wir jetzt im Drittmarktgeschäft tätig sind, kommen wir in der ganzen Schweiz zueinander. Die Facilitation in unserem Job ist von allem die Höhe, in der wir uns bewegen. Auch die Aussicht, die wir haben, die Natur, die wir geniessen können. Und wir weiss gleichzeitig noch, was man etwas tut für eine sichere Stromversorgung in der Schweiz.